Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Phil Lerby, euer digitaler Wegbegleiter zum Abitur in Philosophie und Ethik. In der heutigen Ausgabe geht es um den österreichischen Philosophen und Wissenschaftstheoretiker Paul Karl Feierabend und sein Werk »Wieder den Methodenzwang«. In diesem stellt er seinen Methodenanarchismus vor, den wir auf den kommenden Folien erläutern werden. Bevor es aber inhaltlich losgeht, findest du wie gewohnt auf der kommenden Folie zunächst eine Kapitelübersicht. Viel Spaß also mit Paul Feierabend, seinem Methodenanarchismus und Phil Lerby. Diese Ausgabe von Phil Lerby umfasst dieses Mal vier Kapitel. Im ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit der von Paul Feierabend formulierten Wissenschaftskritik, denn es ist seine Unzufriedenheit mit der traditionellen Wissenschaft und Forschung, die ihn dazu veranlasst, seinen alternativen Methodenanarchismus zu entwickeln. Im zweiten Kapitel erläutern wir dann den von Feierabend propagierten Methodenanarchismus. Und in Kapitel 3 fassen wir dann schon die wesentlichen Ergebnisse nochmal zusammen. Im vierten und letzten Kapitel stellen wir dar, was du nach Studium dieses Videos können solltest. Du findest wie gewohnt hinter jedem Kapitel die entsprechenden Foliennummern. Diese stehen immer unten auf der Seite und dienen dir zur Orientierung. Solltest du beispielsweise mit einem bestimmten Kapitel bereits vertraut sein, dann überspringen dieses einfach. Die Sprungmarken im Video bringen dich dann zu deinem Ziel. Ausgangspunkt des Methodenanarchismus bei Feierabend stellt sie Unzufriedenheit mit Blick auf die gelebte Forschungspraxis dar. Feierabend vertritt die Auffassung, dass die Art und Weise, wie Wissenschaft und Forschung betrieben wird, äußerst problematisch sei. Er schreibt, Zunächst wird ein Forschungsgebiet festgelegt. Es wird von der übrigen Geschichte abgetrennt, die Physik zum Beispiel von der Metaphysik und der Theologie, und mit einer eigenen Logik ausgestattet. Eine gründliche Ausbildung in einer solchen Logik bestimmt dann das Arbeiten auf dem Gebiet. Es vereinheitlicht die Handlungen und bringt auch große Teile des Geschichtsablaufs zum Stillstand. Feststehende Tatsachen bilden und erhalten sich, trotz der Wechselfälle der Geschichte. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, die solche Tatsachen entstehen lässt, ist die Beendigung und oft die völlige Kastration von Institutionen, die zu einer Vermischung der Grenzen führen könnten. Jemandes Religion etwa oder seine Metaphysik oder sein Humor dürfen mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit nicht das Geringste zu tun haben. Die Einbildungskraft wird eingeschränkt, selbst die Sprache eines Menschen ist nicht mehr seine eigene. Das wiederum spiegelt sich in der Eigenart wissenschaftlicher Tatsachen, die als unabhängig von Meinung, Glauben und kulturellen Bedingungen empfunden werden. Feierabends Kritik zielt also darauf ab, dass die gängige Forschungspraxis sich sämtlicher Freiheit beraubt, indem man sich erstens von anderen Erscheinungs- und Erkenntnisformen wie zum Beispiel die Metaphysik und Theologie abgrenzt, sich zweitens seine eigene Logik gibt und drittens das Handeln nur nach Maßgabe selbst auferlegten Regeln ausrichtet. Dies führe einerseits zu Stillstand in der geschichtlichen Entwicklung, andererseits macht man Forschende zu Sklaven ihrer eigenen Rahmenbedingungen, welche die Fantasie einschränken und sogar den Sprachgebrauch bestimmt, so als könne man die persönliche Identität hinter wissenschaftlichen Tatsachen verbergen, die als unabhängig von Glauben, Meinung und kulturellen Bedingungen empfunden würden. Aus zwei weiteren von Feierabend explizit genannten Gründen seien solch allregulierenden wissenschaftlichen Traditionen nicht wünschenswert. Der erste, die Welt, die wir erforschen möchten, ist etwas weitgehend Unbekanntes, daher müssen wir uns offen halten, dürfen uns nicht im Voraus beschränken. Der zweite Grund, eine wissenschaftliche Ausbildung wie die oben skizzierte, wie sie an unseren Hochschulen betrieben wird, ist menschenfeindlich. Sie widerstreitet der Förderung der Individualität, die allein wohlentwickelte Menschen erzeugen kann. Wenn man also die Freiheit ausweiten, ein erfülltes und befriedigendes Leben führen will, wenn man zusätzlich noch die Geheimnisse der Natur und des Menschen aufdecken möchte, dann muss man alle umfassenden Maßstäbe und alle starren Traditionen verwerfen. Was heißt das? Wer neue Erkenntnisse generieren möchte, darf den Weg zur Erkenntnis nicht vorher festschreiben. Wer weiß denn nämlich schon, ob der vorher festgelegte Weg tatsächlich zu den neuen Erkenntnissen und nicht daran vorbeiführt? Außerdem, Wissenschaft, die sich ausschließlich den Gesetzen der Logik und einer strengen Methodologie unterwirft, beschneidet die Freiheit der Forschenden, behindert die Förderung von Individualität, steht im Widerspruch zu einem erfüllten und befriedigenden Leben und verhindert am Ende Erkenntnisfortschritt. Feierabend bewertet eine solche wissenschaftliche Praxis als menschenfeindlich. Die Gesetze der Vernunft, wie sie in der wissenschaftlichen Praxis angeblich vorherrschen, haben aus den eben genannten Gründen für Feierabend deswegen sogar eine verdummende Wirkung. Doch sie haben nicht nur eine verdummende Wirkung, sondern Wissenschaft leidet nach Feierabend auch unter einer extremen Form von Überheblichkeit, wenn sie für sich auf Basis von Logik und Methodologie ein Monopol auf Erkenntnisfortschritt beansprucht. Denn die Geschichte im Allgemeinen und die Geschichte der Revolution im Besonderen ist stets inhaltsreicher, mannigfaltiger, vielseitiger, lebendiger, vertrackter, als sich der beste Historiker und der beste Methodologe vorstellen können. Die Geschichte ist voll von Zufällen, Verbindungen und merkwürdigen Kollisionen von Ereignissen und zeigt uns die Kompliziertheit der menschlichen Entwicklung und die Unvoraussagbarkeit der letzten Folgen irgendeiner menschlichen Handlung oder Entscheidung. Sollen wir wirklich glauben, dass die naiven und biederen Regeln, von denen sich viele Philosophen und auch viele Wissenschaftler leiten lassen, ein solches Labyrinth von Wechselwirkungen auflösen können? Bezogen auf die wissenschaftliche Forschung bedeutet das, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entweder nicht die passenden oder überhaupt keine Werkzeuge haben, um die Vielfältigkeit der zu erforschenden Gegenstände in Gänze zu erfassen. Und schon gar nicht gibt es eine universelle Methode für alle Wissenschaften. Außerdem gibt es inkontingente, also vom Zufall abhängige Entwicklungen, die mit dem strengen regelbasierten Ordnungssystem von Wissenschaft nicht zu fassen sind. Selbst wenn ein Problem wissenschaftlich zu fassen ist, so kann es durchaus vorkommen, dass zwei Theorien nebeneinander für sich beanspruchen können, eine Lösung gefunden zu haben. Und auch irrationales Vorgehen kann zu Wissenschaftsfortschritt und Erkenntnisveränderung führen. Eine ausschließlich auf Logik und Methodologie begründete Wissenschaft dürfe laut Feierabend keine Monopolstellung haben, wenn es darum geht, neue Erkenntnisse zu generieren. Vielmehr darf und muss Wissenschaft laut Feierabend die Religion des 20. Jahrhunderts genauso kritisch hinterfragt werden, wie einst die Religion selbst hinterfragt wurde. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich die Alternative zu einer auf Regeln basierten wissenschaftlichen Ordnung, wenn es darum geht, Erkenntnis zu gewinnen? Feierabends Antwort lautet wie folgt. Das wird sowohl durch eine Untersuchung historischer Episoden als auch eine abstrakte Analyse des Verhältnisses von Denken und Handeln gezeigt. Der einzige allgemeine Grundsatz, der den Fortschritt nicht behindert, lautet Anything goes. Gleich vorweg, damit ist keine willkürliche Beliebigkeit und schon gar kein Rückfall in eine wissenschaftslose Zeit gemeint, sondern Feierabend wehrt sich mit diesem Ausruf lediglich gegen die als fast heilig angesehenen Regeln und Methoden kanonisierter Wissenschaft. Schließlich ist Wissenschaft nichts Absolutes. Sie ist fehlbar und Irrtümern unterworfen, so wie alles, was durch Menschenhand geschaffen wird. Anything goes richtet sich gegen den oben beschriebenen, verdummenden, engstirnigen, ja freiheitsberaubenden Charakter wissenschaftlicher Methodik, zumal sie nicht für sich beanspruchen kann, ein Monopol auf Erkenntnisfortschritt zu haben. Denn die Idee einer Methode, die feste, unveränderliche, unverbindliche Grundsätze für das Betreiben von Wissenschaft enthält und die es uns ermöglicht, den Begriff Wissenschaft mit bescheidenem, konkreten Gehalt zu versehen, stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, wenn ihr die Ergebnisse der historischen Forschung gegenübergestellt werden. Dann zeigt sich nämlich, dass es keine einzige Regel gibt, so einleuchtend und erkenntnistheoretisch wohl verankert sie auch sein mag, die nicht zu irgendeiner Zeit verletzt worden wäre. Es gibt also laut Feierabend eine Diskrepanz zwischen regelbasierter Ordnung innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin einerseits und Erkenntnisfortschritt in Widerspruch zu dieser postulierten Ordnung andererseits. Diese Diskrepanz lässt sich zum Beispiel daran festmachen, dass Ereignisse und Entwicklungen wie etwa die Erfindung der Atomtheorie im Altertum, die Kopernikanische Revolution, der Aufstieg der modernen Atomtheorie, Kinetische Theorie, Dispersionstheorie, Stereochemie, Quantentheorie, das allmähliche Entstehen der Wellentheorie des Lichts nur deshalb stattfanden, weil einige Denker sich entweder entschlossen, nicht an gewisse selbstverständliche methodologische Regeln gebunden zu sein oder weil sie solche Regeln unbewusst verletzten. Vor dem Hintergrund dieser historischen Beobachtungen schlussfolgert Feierabend, dass es eine liberale wissenschaftliche Praxis brauche, die nicht nur einerseits, wie gerade beschrieben, eine Tatsache der Wissenschaftsgeschichte selbst sei, sondern die auch vernünftig und schlicht notwendig sei für den Erkenntnisfortschritt. Wie aber könnte so eine liberale Praxis in der Wissenschaft, Feierabend selbst nennt es Anarchismus, insbesondere in der Methodologie aussehen? Er schreibt, zum Beispiel kann man Hypothesen verwenden, die gut bestätigten Theorien oder auch experimentellen Ergebnissen widersprechen. Man kann die Wissenschaften fördern, indem man kontrainduktiv vorgeht. Das heißt, man kann Hypothesen entwickeln, die anerkannten Theorien widersprechen und Hypothesen entwickeln, die den wohlbestätigten Tatsachen widersprechen. Und kontrainduktiv wäre eine solche Herangehensweise deshalb, weil man damit im Widerspruch zum Prinzip der Induktion steht, wie wir es beispielsweise im Video zum logischen Empirismus kennengelernt haben. Eine solche antiinduktive Herangehensweise begründet Feierabend einerseits damit, dass aufgrund der Tatsache, dass Beobachtungen Theoriegeleitet sind, wir immer erst mit einer der traditionellen Auffassung zu widerlaufenden Hypothese solche Daten finden, welche die alte Hypothese widerlegen können. Andererseits sind Tatsachen zwar ohnehin Theorienabhängig, allerdings existiert keine Theorie, zu der es nicht widersprechende Tatsachen gibt, so dass man eigentlich ein System alternative Annahmen bräuchte, welches uns ermöglicht, die wirkliche Welt zu erkennen. Zuletzt schauen wir nun nochmal auf ein häufig entgegengebrachtes Gegenargument gegen die Position Feierabends. Und zwar wurde Feierabend immer wieder die Frage gestellt, wie es angesichts der von ihm postulierten Kritik an den traditionellen Wissenschaftsbetrieb möglich war und ist, dass es so viel technischen Fortschritt gibt, der ohne Wissenschaft ja gar nicht denkbar wäre. Hierauf antwortet Feierabend wie folgt. Solche Fragen erreichen ihren polemischen Zweck nur, wenn man annimmt, die Ergebnisse der Wissenschaft, die niemand bestreitet, seien ohne jede Mitwirkung außerwissenschaftlicher Faktoren entstanden und könnten auch durch solche nicht verbessert werden. Und wenn man weiterhin annimmt, dass sie allein den Mantel des Erfolges tragen. Überall wird die Wissenschaft durch unwissenschaftliche Methoden und Ergebnisse bereichert, während Verfahren, die oft als wesentliche Bestandteile der Wissenschaft gelten, stillschweigend außer Kraft gesetzt oder umgangen werden. Dieser Prozess ist nicht nur auf die Frühgeschichte der modernen Wissenschaft beschränkt. Ein Beispiel ist die Wiederentdeckung der traditionellen Medizin im kommunistischen China. Soll heißen, dass Wissenschaft konkrete Ergebnisse vorbringt, sei völlig unbestritten. Es wäre aber verfehlt anzunehmen, dass wissenschaftliche Erfolge sich ausschließlich darauf zurückführen lassen, dass die in ihr verwendeten regelbasierten Methoden so erfolgsversprechend sind. Denn oft sind es Beimischungen aus anderen Sphären, die wissenschaftlichen Fortschritt überhaupt es ermöglichen. Fortschritt lässt sich demnach nicht ausschließlich auf Wissenschaft bzw. auf wissenschaftliche Methoden zurückführen. Die zuvor erwähnten historischen Beispiele dienen Feierabend als Beleg für seine These. Wir nähern uns schon wieder dem Ende dieser Ausgabe von Philoaby und fassen die wesentlichen Ergebnisse noch einmal zusammen. Feierabends Methodenanarchismus basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit der gängigen Forschungspraxis. Diese sei laut Feierabend insofern menschenfeindlich, als dass sie eine gewisse Form der Freiheitsberaubung darstellt. Freiheitsberaubung ist sie deshalb, weil sie die Forschenden zu Sklaven der Logik und einer strengen Methodologie mache. Eine solche wissenschaftliche Praxis steht im Widerspruch zu kreativen Problemlösungsansätzen und verhindert sogar Erkenntnisfortschritt, zumal die Wissenschaft an Selbstüberschätzung leidet, wenn sie glaubt, mit ihren Methoden ein Monopol auf Erkenntnisfortschritt für sich beanspruchen zu können. Schließlich gibt es in der Wissenschaft keine universelle Methode, mit der man die Vielfältigkeit der zu erforschenden Gegenstände gänzlich erfassen könnte. Kontingente Entwicklungen lassen sich mit einem regelbasierten Ordnungssystem, wie es in der Wissenschaft vorherrscht, nicht fassen. Und außerdem kann auch irrationales Vorgehen zu Erkenntnisfortschritt führen. Daher sollte Wissenschaft sich einem Methodenanarchismus öffnen, der sich in der englischsprachigen Formel Anything Goes ausdrückt. Schließlich gibt es genügend historische Beispiele, wie zum Beispiel die Kopernikanische Revolution oder die Entdeckung der Quantentheorie, die niemals entdeckt worden wären, wenn die jeweiligen Denker sich ausschließlich an die zu jener Zeit vorherrschenden methodologischen Regeln ihrer wissenschaftlichen Disziplin gehalten hätten. Laut Feierabend braucht es deshalb eine liberale Wissenschaftspraxis, die kontrainduktiv vorgeht. Es sollten Hypothesen entwickelt werden, die anerkannten Theorien und den wohlbestätigten Tatsachen widersprechen. Denn weil Beobachtungen immer Theoriegeleitet sind, finden wir erst mit einer traditionellen Auffassung zur widerlaufenden Hypothese Daten, welche die alte Hypothese widerlegen könnte. Und außerdem existiert sowieso keine Theorie, zu der es nicht widersprechende Tatsachen gibt. Feierabend stellt dabei nicht grundsätzlich in Frage, dass Wissenschaft konkrete Ergebnisse hervorbringt, sondern ihm geht es darum, dass anerkannt werden muss, dass wissenschaftlicher Erfolg nicht ausschließlich auf den in ihr verwendeten Methoden beruht, sondern dass es oft Beimischungen aus anderen Sphären sind, die wissenschaftlichen Fortschritt überhaupt erst ermöglicht. Abschließend zeigen wir dir jetzt noch mal auf, was du nach Studium dieser Folge von Philoruby können solltest. Du kannst erstens die von Feierabend wesentlichen Kritikpunkte gegenüber dem traditionellen Wissenschaftsbetrieb darlegen. Zweitens Feierabends Methodenanarchismus als Gegenentwurf zur wissenschaftlichen Tradition erläutern. Und drittens ein potenzielles Gegenargument gegen Feierabends Position aus dessen Sicht entkräften. Und auch wenn es dir nicht viel erscheint, du kannst nach dieser Ausgabe von Philoruby wieder jede Menge. Jetzt aber sind wir wirklich am Ende dieses Videos angelangt. Ich danke dir fürs Reinschauen in diese Ausgabe von Philoruby. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge. Vielleicht fühlst du dich in deinem Wissen nun bestätigt, vielleicht hast du sogar etwas Neues gelernt. Sollte dir das Video gefallen haben, dann abonniere doch einfach diesen Kanal und sag ruhig weiter, dass es dieses Medium gibt. Wir bleiben auch in der nächsten Ausgabe auf dem Gebiet der Wissenschaftstheorie, verschieben aber den Fokus auf die Wissenschaftstheorie der Geisteswissenschaften, indem wir uns mit Kernstellen aus Wilhelm Dilltheis Werk der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften aus dem Jahre 1910 beschäftigen. Wir würden uns freuen, dich dann wieder hier auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich bin David und das ist Philoruby, dein digitaler Wegbegleiter zum Abitur in Philosophie und Ethik.